Ola Lukas, willkommen in Barcelona. Hier erwarten dich verzwickte Missionen und du musst Spanisch sprechen. Ein geheimnisvolles Kuvert und ein kleines Wörterbuch für dich. Tuka enun Banda. Und dabei ist ein Ticket, wie es aussieht, für eine Gondel. Banda heißt Band, Gruppe, Spiele in einer Band. Du musst jetzt nur irgendwo vielleicht eine Band herkriegen. Das heißt, du kannst runter. Abwärts mit der Gondel. Und Lukas, wo gibt's die Band? Hallo, wo ist eine Band? Eine Band? Ja. Ich weiß, es ist eine Band. Eine Band? Eine Band? Für zu spielen? Nein, ich weiß nicht. Was du suchen? Ah, es ist eine Band? Oh! Ich habe keine Idee. Nein? Nein, danke. Ich weiß nicht. Nein, danke. Hallo. Wo ist ein Gruppe Musik? Nein, nicht in Spanien. Oh nein, nicht in Spanien. Nein, nicht in Spanien. Donde hay unos grupo de música? Ein Gruppe der Musiker, wo ist die Partierin? No? Gratias. Also, ich frag dir jetzt mal, ob du eine Ahnung hast. Sorona, wo ist ein Gruppe der Musiker? No, no. Nur Musik? No. Gratias. Ich glaube, das hilft nichts. Wir müssen noch mal irgendwen fragen. Sorona? Donde hay uno Grupo de Musica? No sé. No sé. Okay, nach Strand, Band, Musikern sieht das hier gerade nicht aus. Neuer Plan. Weg vom Strand, rein in die Stadt. Musik. Sag mal, Lukas, fehlt dir nicht irgendetwas zum Musikmachen? Hier ist ein Musikgeschäft, sehe ich gerade. Vielleicht wissen die mehr. Die müssen eigentlich von Ahnung haben. Hallo. Hallo. Dime. Donde hay un Grupo de Musica? Un Grupo de Musica? Una actuación musical? Dime. 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 Ve unas 반ımden? Dime. 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 غん? Was hast du jetzt mit dieser Kiste vor? Donde hay un Grupo de Musica? Si. Que está en la calle? Si. De Ramblas, por Ramblas Catalonia. Bajando en muchos grupos de Musica. Si, gracias. Das sieht mir hier eigentlich nach einem optimalen Platz aus, um ein bisschen Musik zu machen. Das sieht hier nach was afrikanisch-brasilianisch aus. Aha. Sehr cool. Super Show, die hier. Das ist sonst nicht das, was ich an Musik mache. Du hast ja auch wirklich eine außergewöhnliche Band ausgesucht. Das ist los, was es nicht so lebt. 114 00. Sanfte einスイン, die Hohenauz und die fliegen, die Straßenknext. Fahrrad, Fahrrad... Fahrrad, 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 Fahrrad. Musik Super, Lucas! Großer Trommelorden, Mission Musiker, ein voller Erfolg!